Erwartungen? Wie schade, wenn sie sich nicht erfüllen. Du weißt überhaupt nichts von Erfüllung, außer wie man sie zerstört! Du hast versagt, Corvus! Jetzt verbreitet sich die Seuche in Pathoris! Das ist nicht das Ende, sondern der Anfang! Die Schwachen werden sterben und die Starken werden erleuchtet! Pathoris wird neu aufblühen unter meiner Himmelfahrt! Es ist Vollric Nostrum Dolna! Ja, das ist er! Das ist der Zauber der Himmelfahrt! Corvus, die Seuche gibt es nicht mehr. Du und die Länder von Pathoris seid erlöst. Die Toten können nicht auferstehen, aber Pathoris kann wieder aufblühen. So wie ich mich erhebe, musst dies auch du tun! Ebne den Weg! Mache wieder gut, was ich getan habe! Das werde ich! B Audemarsch Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020